Für mich ist es die wichtigste Abstimmung der Legislaturperiode. Entsprechend bin ich froh, dass der Kredit durch die letzte Hürde genommen wird, um das Vierfeld-Mittelfeld zu entwickeln. Aus meiner Sicht waren zwei Argumente ausschlaggebend. Die Wohnungsnot braucht bezahlbare Wohnungen in Bern. Und das zweite ist ein ökologisches Vorzeigeprojekt. Wir können mit dieser Überbauung die weitere Zersiedelung stoppen. Jetzt kommt an ihre Aufbauung an. An der die Leiden die Kreditkrieg ist. Die Kreditkrieg ist ein gutes Verhältnis.